Eine Anfrage nach einer Einheit, zum Beispiel der www.seiteindex.html, wird von Client 1 über einen Proxyserver an den www.server gesendet. Der www.server antwortet und sendet die angeforderte Einheit mit einem Verfallsdatum an den Proxyserver. Der Proxyserver speichert die Einheit mit Verfallsdatum in seinem Cache. Der Proxyserver sendet die Einheit an Client 1, der sie in seinem lokalen Cache ablegt. Dieselbe Einheit wird zu einem späteren Zeitpunkt von Client 2 angefordert. Die Einheit liegt im Cache des Proxyservers und das Verfallsdatum ist noch nicht abgelaufen. Deshalb kann der Proxyserver die Antwort an Client 2 senden, ohne den www.server kontaktiert zu haben.